So, Frau der Van Hardenbeck. Als erstes müssen wir ihm ein bisschen Blut abnehmen. Wie bitte? Lass uns schon mal den Arm frei. Nein. Was heißt hier nein? Beim Blut abnehmen ist das immer so ein schrecklicher Schmerz. Hey Jackie, du siehst wunderbar aus. Ich nehme Brandy H. Na bitte, das hört man gerne. Brandy, scheiß Brandy. Ich nehme auch einen. Hast du irgendwas, Jack? Bekomme ich jetzt bitte einen Brandy H? Sag es ihm schon. Sag mir was. Jackie. Bist du unwiderruflich im Ruhestand? Ich bin im Ruhestand. Unwiderruflich. Ich bin unwiderruflich im Ruhestand. Ich bin es froh. Ich bin es froh. Ich bin es froh. Gott, den Coronat.